Yo, hallo Leute und was geht? Ich bin's wieder mal, euer Domino Roots und wie ihr seht, heute gibt's den zweiten Teil, den ich ja schon am Mittwoch angekündigt hab, für meine Klassen und Ausrüstungen und was für Abschlussserien ich spiele und und und, deswegen äh, würde ich mal sagen, fangen wir direkt an. Wir gehen erstmal rein bei Ausrüstungen und dort spiele ich gerade das Sturmgewehr kampferprobt, das ist die Kilo als, ähm, Waffenbauplan, die finde ich gar nicht mal so schlecht, deswegen hab ich die einfach genommen, dort spiele ich, also die gibt's normalerweise hier mit diesen, ähm, Aufsätzen, sind vier Aufsätze, ist keine legendäre Waffe, ähm, aber ich hab's natürlich auf mich angewandelt, deswegen zeig ich euch mal, was für Aufsätze ich die gerade so spiele. Und zwar spiele ich die mit Kompensator, mit Singard Arms 19, 8 Zoll Hetzer, mit Singard Arms Scharfschütze als Schaft und gemustertem Griffband und taktischem Vordergriff. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich spiele die Waffe nicht mehr so arg oft, weil, ähm, ich bin gerade am Hochlevel von anderen Waffen, wie zum Beispiel, äh, hier der AK-47 oder der RAM-7, aber da fiel ich ja schon später an, genau. Dann mache ich mich noch hier weiter. Als zweite Waffe habe ich natürlich, ähm, die, wie hieß denn das, die X16, hat sich auch als Variante genommen, weil es einfach dadurch bisschen besser aussieht und schon mal den einen oder anderen Aufsatz drauf hat. Und ich spiele die praktisch dann noch, ähm, mit einem Schalldämpfer, einem Vanguard Elite, ich hatte schon bei dem Waffenbauplatz, Waffenbauplan dabei, mit mehr Moneten, dass wenn man einen Kill macht, auch ein bisschen mehr Punkte bekommt. Und, und dem 17. Schussmagazin, genau. Dann, äh, an den Extras habe ich, glaube ich, nie wirklich was geändert, ich muss immer noch Altempo, Hardlander und Aufdrehen. Aufdrehen ist ja für schnellere Feldausrüstung. Dann, primär, habe ich immer noch die Splittergranate drin und als Taktik die Blendgranate, da werde ich, glaube ich, mein Leben lang nichts ändern, weil ich mit dem einfach so und sich zurechtkomme. Genau, so, dann zur zweiten Klasse, das war die AK-47. Die AK-47 spiele ich mit keiner Mündung. Normalerweise ab und zu mache ich mir auch mal einen Schalldämpfer drauf, wenn ich den einfach ein bisschen cool finde. Aber normalerweise spiele ich ja, mache ich da nicht großartig dran rum, deswegen, ähm, spiele ich mit dem Space Nuts Elite-Lauf. Dann müsst ihr auch bald mal was Neues freischalten. Genau, hier ist die 47. Die möchte ich ja auch mal ausprobieren, ob der was bringt. Ich schaue mir auch immer erstmal die Stats an, um zu gucken, bringt mir das was für meinen Spielstil. Weil nachher, nicht, dass ich nachher, äh, irgendwie Mobilität ganz hoch habe und man braucht es gar nicht. Oder, ähm, zum Beispiel Schussrate ganz hoch. Aber dadurch, dass die Schussrate ja ganz hoch ist oder höher gehen würde, würde ich auch viel mehr verziehen. Deswegen muss man halt immer gucken und sich das an seinen Spielstil anpassen. So, dann lese ich auch keinen dran. Äh, GI Mini ist natürlich bei mir Standard, wie ihr auch schon im vorigen Video gesehen habt, wo ich das erklärt habe, was so wie ich es hier nicht immer spiele. Dann habe ich als Schaft den Basis Schaft. Und ich habe den deshalb genommen, weil der halt eben gut für die Mobilität ist, damit der an den maximalen Wert rankommt. Hätte ich jetzt einen anderen genommen, den, da ich hier zum Beispiel, das macht es immer schlechter. Deswegen, mir war die Mobilität irgendwo bei der Waffe echt wichtig, weil die soll sich relativ langsam zum Zielen und rumschwecken im, äh, angivisierten Modus. So, dann extra habe ich keins, griff habe ich auch keins. 40 Schussmagazin habe ich das abgenommen, weil, ja, wenn man mal im Grenfalt ist, man hat dann immer die bessere, äh, äh, Munition oder, ja, Munitionskapazität. Deswegen, ähm, genau, einfach nehme ich immer das größere Magazin, wenn ich es kann. So, dann Unterlauf habe ich, äh, den Kommando-Unterlauf, den finde ich einfach am besten. Alles andere ist jetzt nicht so wirklich meins. Ab und zu spiele ich auch mal noch hier mit dem, äh, Schützenvordergriff, aber wahrscheinlich ganz gut. Und ich freue mich, glaube ich, auch einfach durch. Genau. So, dann kommen wir zur nächsten Klasse. Also die Sekundär war wahrscheinlich immer die gleiche, die nutze ich eigentlich kaum. Deswegen, ja, gibt es nicht wirklich großartige Unterschiede. Dann die dritte Klasse ist die RAM-7-Klasse, mit der habe ich auch das vorherige Gameplay erspielt. Und zwar spiele ich die RAM-7 mit Münungsbremse, mit, äh, Mini-Reflex-Visier. Das können wir jetzt einfach mal hoch machen auf, äh. Ach, okay, habe ich noch gar nicht frei. Okay, gut, dann geht es sich schon mal nicht. Ich wollte noch das GI-Mini drauf machen, aber das habe ich noch nicht frei gestalten. So, dann als Schaft den XRK-Ultralicht-Hole. Für bessere Gehgeschwindigkeit beim Ziel. Können Sie auch mal den hier rein machen, aber, ja, ich muss ja schon da einfach noch durchprobieren. Genau. So, XR habe ich keinen, das Griff habe ich auch nichts wirklich. Ähm, wie gesagt, immer das größere Magazin, wenn es geht. Von meiner Spielweise, weiß nicht, wie es bei euch ist. Und halt eben, ich komme ganz gut zurecht mit dem Commander-Vordergriff, deswegen spiele ich den euch auch. Ab und zu mache ich halt, wie gesagt, auch mal den Söldner-Griff, den taktischen Vordergriff, aber, ja, seht ihr das selber. Mal so, mal so. Ist immer unterschiedlich. So, dann nächste Klasse. Hier seht ihr auch wieder, das ist einfach immer die gleiche Waffe. Ich ändere da wirklich gar nichts dran, deswegen, genau. Braucht ihr nicht wirklich drauf eingehen. Dann, ähm, eigene Ausrüstung 4. Und zwar habe ich da den Waffenbauplan von der MP7 genommen. Das ist der, ähm, legendäre, der Bangle. Der kommt mit Tamal, Stahldämpfer und 3-4 weiteren Aufsätzen. Er hat ihn aber auch für mich wieder abgeändert. Und zwar habe ich den folgendermaßen abgeändert. Das seht ihr erst gleich mal hier. Ich habe da Mündung, habe ich keine. Die haben ja Schalldämpfer drauf gehabt. Dann praktisch habe ich den FSS-Aufklärungslauf genommen. Für effektive Kugelrechte, Kugelschnelligkeit und Rückstoßkontrolle. Dann habe ich den GI Mini drauf gemacht. Mit dem ich eigentlich übelst zufrieden bin. Das ist eigentlich mein Lieblingsvisier. Dann halt eben als Griff das granulierte Griffband. Ich habe es einfach mal drauf gemacht. Das war, glaube ich, sogar noch vom, äh, Ding mit dabei. Vom, äh, Bauplan. Und das ist ja selber bei den Werten, wenn man so das mal gegenüber dem gemusterten Griffband nimmt. Ähm, äh, ja. Ist das hier nicht so gut. Weil ich finde, Mobilität hat die Waffe eigentlich genug. Deswegen gehe ich da lieber auf andere Werte wie zum Beispiel Präzision und Kontrolle. So, dann, wie gesagt, der muss größer Magazin. Ähm, und hier auch den Ranger-Vordergriff. Weil ich den, äh, ah, hab ich sogar schon falsch hatten. Aber ich finde, der macht halt die Werte mit am besten. Wenn ihr seht, der Kommando-Vordergriff. Der macht es nicht so viel aus, wie wenn man jetzt mit dem Ranger-Vordergriff spielt. Ich finde, das ist ja für den Ranger-Vordergriff drauf. So, dann kommen wir auch schon zur nächsten Klasse. Und zwar, weil das diese hier. Und zwar ist das hier die Striker. Die Striker ist, glaube ich, so ein bisschen nachempfunden von, äh, MW2, die UMP. Und da gibt es auch schon einen Waffenbauplan. Und den habe ich genommen. Und auch wieder auf mich angepasst. Ihr seht, hier ist der normale Waffenbauplan. Ich habe den darauf angepasst, auf, ähm, äh, mich selber halt eben, also einmal halt eben eine Mündungsbremse, für halt eben, äh, Stabilisierung vom Rückstoß. Dann halt eben den Lauf 400mm Rostfeuer-Stahl. Das ist der zweite Lauf. Der macht halt eben die Werte mit am besten. Wenn man mal schaut, der 300mm Polylauf, der ist lange nicht so gut, wie der läuft. Deswegen habe ich den genommen. Ähm, dann das GI Mini, ganz klar, ähm, den FSS Guardian schafft. Ich fand den einfach deshalb gut, weil der macht halt eben auch, ähm, viel an der... Mobilität und an der Präzision. Und deswegen habe ich den genommen. Der andere Lauf würde jetzt mehr Richtung Präzision und Kontrolle gehen, aber es war halt eben bei der Waffe einfach nicht so wichtig, weil ich seh das selber. Der gibt mir viel Mobilität flöten, das habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen nehme ich den. So, extra habe ich keins. Den Griff kann man dann dadurch gar nicht nehmen, weil der ja integriert ist im Schaft. Und Munition könnte man das sagen. Hier, ich nehme das 12-Schuss-Hohlspitz-Magazin. Aber, äh, dadurch, dass praktisch, ähm, das ist ein relativ kleines Magazin ist und ich jemand bin, der nicht das erste Mal trifft, bin ich ehrlich. Lass ich einfach das normale Magazin drinnen und spiele mich hoch praktisch zum nächsten, zu dem hier. Und guck mal, was das für ein Magazin ist. Oder von, äh, was das halt an den Sachen, an den Stats ausmacht. Dann wieder den Kommando-Unterlauf, oder Vordergriff, genau. Könntest auch mal hier den hier spielen, aber ich seh das selber, der macht es nicht wirklich den Kohlfett. Da müssen wir mit taktischem Vordergriff spielen, oder, ähm, mit dem Kommando-Vordergriff, dass das sich was im Stats wirklich verändert. Deswegen lass ich das erstmal so. Ich finde auch so, die Werte sind übelst krank. Das Graue sind die normalen Werte und dann hat eben, ja, durch diese Waffen-Modifikation, was man machen kann, sind es dann die grünen Werte, die dann noch verbessert werden. Und Präzision und Reichweite ist halt für eine MP schon stark, ne. Genau. So, dann nächste Klasse wäre eigene Ausrüstung 6. Das ist auch wieder ein Waffenbauplan, und zwar ist das der Chagwala-Bauplan von der Bison. Ich fand die Bison eigentlich schon immer nice, ist schon eine coole Waffe, deswegen dachte ich mir, okay, gut, wenn es einen Bauplan gibt, dann nimmst du den und machst du den wieder auf dich selber. Das ist der normale Bauplan. Könnt ihr mal kurz anschauen, und ich werde euch dann jetzt gleich mal zeigen, wie ich den für mich abgeändert habe. Und zwar habe ich den für mich abgeändert in folgender Art und Weise, ich habe den Monolith-Schalldämpfer drauf gelassen, den Lauf habe ich auch drauf gelassen, das ist jetzt nicht der da hier, sondern ich habe den genommen. Laser habe ich keinen drauf gelandet gemacht, das GR-Minigens richtig ganz klar, und als Schaft habe ich, anstatt den, dass die genommen haben, das war das so, Basis, der, der hier glaube ich war aus der Aluminium-Schaft, die habe für mich jetzt einfach rausgefunden, dass ich mit dem hier besser spielen kann. Auch ZV-Geschwindigkeit ist, finde ich, bei einer MP sehr wichtig, weil das rein Aimen braucht halt manchmal schon echt lange, deswegen, ja, einfach den hier nehmen. Ich war eine Empfehlung für euch. Aber muss jeder sonst nicht für sich selber rausfinden. Dann extra habe ich keins genommen, Griff habe ich auch keins, deswegen habe ich dann, ja, mich dafür entschieden, hier noch wieder mal das größere Magazin reinzunehmen, was natürlich auch im Waffenbobbler mit drin ist, wie ihr hier oben sehen könnt. Genau, das waren dann praktisch auch schon die Bison. Genau, dann kommen wir mal zu meinen Warzone-Klassen. Meine aktuelle Warzone-Klasse Nummer 1 wäre diese hier. Und zwar auch hier diese Chankwala abgestimmt auf Warzone und auf mich und deswegen will ich euch mal zeigen, was ich da für Aufsätze drauf habe. Ich habe da drauf auch mit dem OLED-Schalldämpfer den 8,7 Zoll Stahllauf. In dem Fall habe ich jetzt nicht das GI Mini drauf gemacht, sondern halt eben ein Visier mit einer größeren Reichweite, mit einem 3,5 Vergrößerung. Einfach halt eben, dass man auch ein bisschen in die Weite zoomen kann oder halt eben in die Weite ahmen kann, damit man da halt eben auch Gegner weg, Gegner attackieren kann, die jetzt nicht 10 Meter vor allem sind, sondern halt eben 20, 30 Meter, dass man einfach halt ein bisschen weiter sehen kann, wo Gegner sind. Genau, ich könnte das hier drauf machen, aber das hat ein Ehe für Multiplayer und genau, ich habe einfach mich für das Kronen C480 Pro Visier entschieden. Gut, so. Dann, äh, den Schaft habe ich jetzt alles da dann gelassen, den Aluminium-Schaft, weil, habe ich so nicht wirklich eigentlich Beeinträchtigung gesehen im Warzone-Modus. Könnte es aber auch mal den hier drauf machen, aber ich sehe selber, das bringt uns nicht wirklich so viel im Warzone-Modus, deswegen lasse ich einfach den Aluminium drauf. So, extra habe ich keins, Griff habe ich auch keins, das größere Magazin und dann war es eigentlich schon mit der Bison. Jetzt gehen wir mal runter auf meine, äh, Sekundärwaffe und zwar spiele ich hier mit Overkill, wie glaube ich viele in Warzone und habt dann davon eine Sniper dabei. So, und die Sniper-Waffe werde ich euch mal zeigen, was ihr dafür Aufsätze drauf habt. Das ist dann sich auch erstmal, ähm, ein, äh, ein Buffen-Bauplan von der AX-50 und zwar wäre das hier der zweite. Das sieht erstmal so aus. Da ist der Malvisier und Schalldämpfer und 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 alles drauf und Zweibein. Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, das Zweibein einfach mal wegzumachen, weil ich mit dem gar nicht spiele und habe dann dafür einfach, anstatt das Zweibein, das hier drin ist, ähm, mich entschieden für das größere Magazin, weil ich halt eben, wie gesagt, nicht immer gleich den ersten Schuss treffe und dadurch kann man praktisch mehr Schüsse in einem Magazin reinbringen und hat dadurch praktisch auch, kann man länger einfach im Gunfight bleiben. So, dann Griff habe ich keinen, extra habe ich keinen. Als Schaft spiele ich den allerersten Schaft, weil ich noch keinen anderen frei habe. Ich würde gerne mal den anderen Paar ausprobieren, aber muss dann einfach noch ein bisschen mehr mit der Waffe spielen. Ähm, genau, wie gesagt, da habe ich den Singard Arms Meisterschütze. Als Zielfernrohr habe ich, ähm, oder ja, als Visier habe ich das Zielfernrohr Thermal. Ich, wie gesagt, ich habe dafür noch nicht so viel für die Waffe frei, deswegen muss ich einfach mit dem Zeug spielen, aber ich komme mir da nicht relativ gut klar. Deswegen kann ich mich gar nicht so arg beklagen. Ähm, genau, man kann es auch das hier nehmen für bessere Zielgeschwindigkeit und, äh, Kontrolle, aber, ja, ich fasse lieber mehr auf diese Werte hier vom Thermal. Weil beim Thermal sieht man eben auch die Gegner besser, und nicht halt so wie bei den normalen Wissen, die ja praktisch nur durchsichtig sind und man erkennt halt eben auch, geht noch einfach besser. Genau. So. Dann, ähm, habe ich als Lauf den 32 Zoll Fabriklauf. Hm. Das ist der letzte. Und das sorgt dann eben für effektive Reichweite, Gugenschnelligkeit und Rückstoßkontrolle. Und, genau, deswegen, der war ja beim Waffenbauplan der Bay und deswegen lasse ich ihn auch einfach da dabei, weil, ja, ich komme dir gut zurecht. So, dann haben wir noch als Schalldämpfer den Monolith Schalldämpfer. Und, ja, den komme ich halt ganz gut zurecht. Der macht Geräuschdämpfung und effektive Reichweite. Pusht auch noch ein bisschen die, äh, Präzision und, ja, das war's eigentlich dann auch schon nochmal mit der Klasse hier. Wie gesagt, hier haben wir dann halt auch Elite Eiltempo als extra, Overkill und aufdrehen. Dann spiele ich mit der Splintergranate als Primärgranate oder als Primärausrüstung und als sekundäre Ausrüstung spiele ich mit Herzschlag-Sensor. Einfach halt, um Gegner zu spotten, um festzumachen, nee, wo sind die sind in meiner Nähe und so. Deswegen, äh, ja, aber das spielen viele mit Herzschlag-Sensor, gerade bei Warzone. Deswegen, wo wir da nicht wirklich drauf eingehen. Ähm, als nächstes kommt die Warzone Klasse 2. Das ist, ähm, ein, äh, ein leichtes Maschinengewehr. Auch wieder ein Waffenbauplan. Ähm, das ist in dem Fall der Chubakapa-Waffenbauplan. Der sieht so aus. Und, ich muss eigentlich sagen, ich hab da gar nicht so arg viel daran, glaube ich, verändert, deswegen, ich muss euch gerade schauen, was ich da alles verändert hab. Ich hab da verändert. Eigentlich, glaube ich, gar nicht sogar. Müsst ihr echt mal wieder drauf eingehen und mir das ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall spiele ich mit dieser Klasse mit dem taktischen Schalldämpfer. Der ist einfach nur für Geräuschdämpfung da. Und macht da die Stats auch, finde ich, am meisten besser von den ganzen Sachen hier. Ähm, genau, genau, der Lauf ist da, M91 Spezialeinheit. Da hab ich jetzt nicht so arg viel frei, deswegen lass ich den einfach mal drauf. Dann, Laser hab ich kein, Visier hab ich vom besten Solo Zero Nachtsicht Visier, glaube ich, ist das. Ja, genau. Mit nem 3,25er Zoom. Ist halt auch wieder ein Tamal und da, das hier bei dem, die Gegner find ich besser. Und ja, deswegen spiel ich das. Denn als Schaff, den XLK Striker ist der letzte, ist auch hier Waffenbauplan mit drin, deswegen hier ist den einfach mal so drin. Ich glaub, die anderen würden sich nicht arg viel besser machen. Wir können jetzt mal noch den Forge Tag Stalker reinmachen, aber ja, ist jetzt nicht wirklich so großartige, äh, Unterschiede, deswegen lass ich einfach mal das so drin. So, extra hab ich keinen, Skiff hab ich keinen. Gibt's hier glaube ich nicht mal welche. Ja, doch. Ja, da krieg ich auch mal welche reinmachen zum Probieren halt, aber ich glaub, ich mach ich nicht wirklich. Dann Munition mach ich jetzt bei, äh, Warzone nicht wirklich das größere Magazin rein, weil das wäre für mich eigentlich, finde ich, ein verschwendeter Platz von, ähm, von der Modifikation, deswegen mach ich da lieber, äh, einen Unterlauf rein. Und da spiel ich dann wieder mit dem Kommando Vordergriff, weil der die Verwerte mit der Maschinen pusht. Genau. So, dann, äh, die Sniper ist halt auch immer gleich, also, da gibt's hier wirklich viele Unterschiede, Overkill und den Extras sind auch immer gleich bei Warzone, und deswegen sind wir halt relativ schnell durch. Ähm, ich hab noch die Warzone Klasse 3, das ist eigentlich mal eine Geistklasse, seht ihr hier das Schild, Pistole, denn hier halt eben einfach Geist und vierten Laser, dass man halt eben sieht, wo seine Gegner ranlanglaufen und halt eben Geist, damit immer nicht gespottet wird von Drohnen. Das ist mal eine Geistklasse, aber dafür gibt's euch gar nicht so viel zu sagen, deswegen, ähm, springen wir gleich zur vierten Warzone Klasse, und zwar, weil das hier die Grau. Die Grau hab ich, äh, das ist kein Waffenbauplan, die hab ich selber sozusagen gebaut, und deswegen, wenn ihr Lust habt, die auszuprobieren, probiert sie gerne aus. Wird mich freuen über Feedback, ähm, genau. So, also wir spielen als Mündung, spielen wir Schalldämpfe Monolith, das ist der letzte. Dann, äh, den Lauf Tempos 26, 4 Arch Angle, da gibt's glaub ich auch noch andere Läufe, aber ich kam mit dem bisher eigentlich am besten zurecht, der hat auch das bisher, beste Visier. Deswegen, ähm, ja, gehen wir weiter, und zwar hab ich dann als, ähm, schafft, den FSS Blackjack, und, ähm, ja, den hab ich einfach genommen, weil er drin war, oder mit dem komm ich einfach am besten zurecht. Ähm, dann das Sextschussmagazin, und, dann hab ich noch den Kommando Vordergriff, da müsste ich es aber wieder ausprobieren, welcher mit am besten ist, von den Werten her, und, ähm, ja, dann kann ich euch dann dazu nochmal weiteres Feedback geben. So, dann die Snapper wieder gleich, Overkill, und alles drumherum kann ich auch noch gleich, deswegen, ähm, ja, war's eigentlich wieder mal. Abschlussserien hab ich eigentlich auch gleich gelassen, ich schaffe eine Drohne, eine Predator, und eine VTOL, an der Feldausrüstung, ja, hab ich eigentlich nur die normale, ähm, Munitionskiste, dass man halt seine Granaten auffüllen kann, und, ähm, Munition, und, ja, das war's dann eigentlich wieder mal von meiner Seite, ich bedanke mich euch herzlich fürs Zuschauen, und, ähm, ich bin gerade so ein bisschen auch dabei, ähm, eine M4 Waffen Variante, um jetzt zusammenzubauen, für Warzone und für, ähm, Multiplayer, wenn ihr da mal Tipps hättet, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben, und dann werde ich das mal ausprobieren, und dann einfach auch in einem neuen Video verfassen, und halt, drüber reden, ob das gut war oder nicht gut war, und halt eben einfach meine Anzeige mit euch teilen, deswegen, ähm, schreibt's gerne in die Kommentare, wie ihr eure M4 spielt, und, eure, MP5, da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei, das gleiche zu machen, deswegen, schreibt einfach in die Kommentare, wie ihr eure Waffen so spielt, und modifiziert habt, damit ich so ein bisschen auch, äh, mir mal einen Eindruck machen kann, wie ich meine Waffen verbessern kann, und, ähm, genau, dann, äh, vielleicht müsst ihr fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Leute, Ciao. Ja? Ja? Ja?